So, dann sind wir wieder zurück im Subraum. Hoffentlich sind wir jetzt bald durch. Wir gehen jetzt direkt erstmal nach oben, dann würde ich sagen, nach rechts. Nach unten, nach unten links meinst du? Da nach rechts. Zack, zack. Ach ja, stimmt genau. Ja. Dann haben wir nämlich da unten das auch abgeschlossen. Ja gut, ich war schon woanders da. Los, Falle. Siehst du? Ich kann ja auch so schnell fallen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt drunter. Ja, Kappen. Falka. Aber ich wollte mich gerade werden und du, ja, 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 du immer mit deiner Tür. Ja, mein Car. Ich wollte laufen. Es geht schneller. Der Poco-Trainer. Nein. Und? Wir müssen mal aufschringen, ich glaube, jetzt. Jetzt. Jo. Siehst du, ich habe es mit einem Satz geschafft. Kevin Falken ist das gewohnt mit seinem Blue Falcon. Yeah. Nein. Steht noch. Macher. Schade. Nein, ich nehme mal wieder etwas. Nein. Nein. Schade, ich will den Treffen. Mist. Moment. Punch. Das ist überhaupt nicht gelegen. Ich weiß. Flora ist ja nicht so gut. Guck mal, was es hier für Räumung gibt. Oh. Ja. Da haben wir nicht viel Auswahl. Erst einmal Mitte und danach ganz links oben. Ich stecke mich da an die Wand, schön. Oh, voilà. Mist. Ich bin tot. Na gut. Hauen wir uns danach. Und diesmal dürfen wir fucked oder so, ne? Falko. Aha, ich habe Kirby. Ich dachte, ich habe schon Schick. Das wäre eigentlich egal gewesen. Wir sehen mit beiden Spielen. Der wäre aber Schick im Moment lieber gewesen. Show me your moves. Secret. Oh, Heilung. Ähm, Pause to Air. Und. Bildstattung. Captain can ja überhaupt nicht schwimmen. Ich höre wie ganz ruhig. Splat, 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 splat. Au. Oh, komm. Oh, komm. Lassen wir das Secret einfach in Ruhe. So. Wollen wir eh nicht. Ähm. So. Links ist einer, rechts ist einer. Wir haben nichts übersehen. Äh, toll. Links gehen wir. Links glaube ich, komme ich mit den Kanonen dann besser zurück. Nein. Ich wollte dich eigentlich jetzt nicht killen. Ey. Ich will auch. Ich habe mich gekillt damit. Toll. Nimm mal eine Kapsel mit. Hör. Hörst du gefangen. Oh, oh, weh, 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 weh. Oh. Nicht rein. Okay. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich Diddy Kong oder Fox. Nein, natürlich. Gut abgeschätzt, würde ich mal sagen. Ja. Ja, das wäre so ziemlich der Letzte, mit dem ich gerechnet hätte, hier. Wow. Zack. Kommt bei, du Mistbeer. Ja. Zack, zack. Zum Glück kann ich Meta Ridley noch einigermaßen vom Boss Rush. Ha. Er ist ja so gut wie down jetzt. Oh. Oh. Das ist ein Pilz. Ah. Hörst du. Wenn ich brauche ihn weg, so lange du den Pilz holst. Schau mehr Moves. Ja. Jetzt sind wir hier. Da können wir uns auch gleich heilen und danach rechts zurück. Okay. Den Ort kennst du auch die Zerkasse. Ja, genau. Sehr schön. Müll-Sekretärwechsel nur beibehalten. Ich habe nichts gegen. Okay, bald nur bei. Auch in dieser Knospels drin ist. Ja, es hat schon gemacht, um den einzufinischen. Und jetzt gehen wir mit dem jetzt einfach komplett rutscht und so klar. Ja, auch schon die nächste Woche. Du. 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 Ja, ja, greif du mal. Gibt das? Das bringe ich mir bis dahin. Die Kamera hat mich schon wieder gekillt. Jo, blöder Falken. Mach das, was ich will. Das wollte ich nicht. Oh, nein. Hey, du. Los, Glorak. Okay, jetzt sind wir wieder am Mittelpunkt. Ja. Mach du mal. Glorak da durch die Gegend gefeuert. Ähm. Irgendeiner hat Schaden bekommen. Los, Schicki. Und jetzt haben wir hier ein Fox, der klaut. Schick. Schick. Das war's. Ah, ich gucke. Fox. Falken Kick noch hinterher. Den will ich erst richtig fertig machen. Hinterher mit Falken Kick. Genau. So. Okay. Jetzt müssen wir erstmal zurück. Ja. Toll, die Schaden. Jetzt nicht mehr. Wo geht man jetzt langer müssen? Wir müssen da oben zu denen. Das ist erstmal komplett nach links durch, zu dem Porter und dann uns oben rechts zu dem Porter. Alles klar. Shit. Ja, ja. Mach du nur den Schlaunz hier mit den ganzen Dingern hier. Die sind halt da zum Nutzen. Ja. Juhu. Ich mach' mal abgehend. Das Werk auf, macht sich das nicht so gut. Ne, ich glaub' auch nicht. So. Ja, 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 ja. Schick. Ich würd sagen, wir bleiben wieder beim selben. Das ist eigentlich ganz gut. Du musst das erst mal. Du musst das Porten. Kannst draufstellen. Geht nicht. Ich denk' mal, das ist der hier. Ja. Wart mal. Kann man nochmal kurz starten? Ne. Ich will gucken, dass wir keinen Weg vergessen haben. Der eine Punkt, den wir vergessen haben, das ist ja auch. Das Tabu. Ja. Ne, sonst haben wir gar nichts. Okay. Dann würd ich erstmal sagen, obenrum. Ne. Doch obenrum. Wir haben jetzt noch acht Gegner. Also, doch acht Gegner, die wir kennen müssen. Guck' mal einfach hier lang. Das ist untenrum, was wir jetzt machen. Ich will erst oben rumgehen. Hier kommen wir nochmal hoch. Da sprach ich eigentlich. Ah, da kommen wir auch direkt Wettel. Mal gucken, wen erwartet uns hier. Oh, der da. Dann haben wir den aber hinter uns. Ne, ich wollt eigentlich nicht Dächtes machen. Obwohl, mir fällt da was ein. Klubach. Ja. Ja. Zertrümmerer ist so imbar. Hier bei Boss Rush. Lass mal Feuerblumen nebenbei. Verdammt, mein Schild ist jetzt so lange down, dass ich getroffen werde. Oh nein. Ich lebe noch. Aber ich nicht mehr. Na gut, wir haben eh einen Speicherraum. Ha. Batsch. Obwohl, einen Speicherraum brauchen wir, denn wir haben ja nur einen Schaffelraum. Wir verlieren gleich noch einen. Ne, bei angemerkt. Wollen wir nochmal schnell zurückheilen? Machen. Ist ja nicht weit. Los, Schiggy. Dann erstmal die Ausdauer ein bisschen regenerieren von Schiggy. So. Und die Ausdauer von den ganzen Chars. Warte mal, mach mal kurz start. Wir haben jetzt da oben einen Rückweg, einen zweiten. Okay. Ich würde erstmal sagen, wir machen rechts den. Ne, wir gehen in den Rückweg einmal kurz rein, damit wir das haben auf der Karte. Dann kommen wir hier unten irgendwie rein. Wo kommen wir denn jetzt raus? So. Ah, wir sind da. Okay. Dann gehen wir bis oben. Gehen wir bis oben, ja. Damit wir einfach nur die Karte da schon haben, damit wir die Verbindung wissen, was das auch bringt. Genau. So. Rip, rip, rip. Nachher. Rip, 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 rip. Up, up, rip, rip. Rip, 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 rip. Da rein. Auf geht's. Gargle. Oh, komm mal, ja, net. Das geht dauer. Ja, komm schon. Du Haferbrei-Mann. Mittag-Knecht. So. Zack. Komm her. Ach, nein, nein, nein. Jetzt sag, war ein Sprung for the win. Ja komm, ich muss dich nur mal richtig mit dem Smash treffen. Ja, machen wir das eben mal so. Guck mal her. Ja, komm her. Ja, ich will doch mal. Hammer. Das hat auch gelangt. Ah, ja. Bisa. Bisa. Jetzt sind wir oben. Okay, da gehen wir. Okay, dann machen wir das hier auch gerade fertig. Ich hab heute schon wieder drüber, weil dieser Knoss kommt dann nicht so gut hoch. Äh, wie hieß er, Boss nochmal? Ne, ich glaub der Boss hat auch keinen Namen. Du meinst, Poké fehlt uns. Scheiße. Nein, der Boss von Pickman. Pickman? Ja, ist egal. Die Steuern, die Trophäe, den hab ich mir gerade eingesomt. Ach so. Bisa. Wir haben einmal unten, einmal links. Links ist Gegner. Und unten. Mal gucken einfach, wir machen einfach mal die Verbindung auf. Dann sehen wir ja, wo wir rauskommen. Dort. Da ist aber kein Gegner. Gehen wir erst zum Gegner? Ja, machen wir die Gegner. Alles klar. Also da, wo wir keinen Gegner haben, da brauchen wir auch nicht hingehen. Ja, ich geh schnell voran. Show, ja. Und hier dürfte Lukas sein, ne? Lukas haben wir doch schon. Äh, ja. Warum hab ich eben auf Käppenfalken geguckt? Mist, ich wollte denn seine Elektroautak abfedern. Schuck. Okay, das war's mit Ness. Hier ist nichts, perfekt. Aber warte mal. Ich glaub, wir müssen da unten lang. Ja, wir müssen ja schnell lang. Na gut, dann gehen wir da schnell lang, dann haben wir hier oben alles fertig. Es neigt sich so langsam dem Ende. Au, 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 au. Auf mich, du. Wischen, du, Dreck. Das sag' gerade, du. Na komm. Eis. Oh, oh. So. Moment, wo muss man lang? Oben ist ne Heilung. Okay. Da musst du aber erst an den Schalter treffen. Oh, oder wir gehen auf der anderen Seite. Warum auf deiner Seite? Da ist ein Schalter von außen. Ich wünsche da erst noch ne halbe Kilometer. Ich möchte auch nicht unbedingt mit Cheek spielen. So. Ich nehm' jetzt einfach Eik da. Eik. Dann geht's schneller. Dann nehmen wir noch Pika mit. Und. Boah, keine Ahnung. Komm, ne Mechik. Ist egal jetzt. So, komm. Durch. Und hier haben wir nichts. Das ist der Rückweg von einem Poké, äh, von der einen Statue. Oh, lass das Ding doch n'ruh. Jetzt haben wir das nur am Arsch kleben und das nervt nur. Komm, geh mir aus dem Weg. Ich. Meine Güter. Ja, so. Wow. Schnell. Heißt mit Kirby. Das heißt mit Kirby immer aus dem Rand. Oh, da haben wir doch. Porky. Oh Gott. Eik ist so gut wie down. Sag ich doch. Mika. Ja, wir greifen einfach mal die Beine dran. Ich hab keinen Schaden genommen, aber krieg den Rückstoß. Nun, jetzt mein Teil. Schnell. Ach Gott. So. Oha. Metall seine Pikachu ohne Sound. Jipp. Das Typ Stahl Elektro. Okay. Jetzt haben wir nur noch ganz rechts. Das heißt rechts. Einfach rechts gehen. Schnell durch. Ja, wir haben halbwegs gut durchschnelle Charaktere. Hey, komm. Dann machst du ja einfach nicht deinen Donnerschock. So. So. Wären wir auch durchgekommen. Ja, gut, egal. Uff, bevor der mich abfackelt. Hopdolo. Einmal schnell heilen. Ja. Und dann gehen wir gleich weiter. Ja, auf geht's. So. Muss ich als erstes stellen. Mal schauen mal kurz. Ja, oben und dann rechts. Oben, rechts, alles klar. Um und dann runter meinst du. Ja, um und dann runter. Ja, um rechts runter. Wupp. So. Kannst du mal auf die Karte checken? Dann würde ich sagen, erst den Linken. Erst links, genau. Na, komm. Weil dann am Ende würde ich sagen, dass wir wirklich nur die Charsie auch wirklich können. Hm. Gibt's keinen Pika mehr. So. Das ist keine Tür. Immer noch nicht. Ah, hier. Das ist... Gut, wen haben wir? Snake. Aber klar. Aber im Folien tritt erst noch abgekriegt. Warum mit Schäuptmusik was Snake? Der hat doch seine eigene Mucke. Dann müsste ich was grabben. Was ich gerade hatte? Oh yeah. Machen wir das mal. Der blockt da den... Das mit dem Kick. Oh. Ich trau dem da nicht. Und Schuss. Warte. Und da sagen die Leute Snickers keine Rettung. Keine gute. So. Meine Fresse. Bäm. Jetzt aber. Der Hammer killt den auch bald zwei, dreimal nicht. Aber dann dein Pikachu hat einen Angriff hier. Ja, natürlich. So, und jetzt gehen wir nach rechts. Ja. Da schnitzt. Mhm. Schnitzt möglich. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit, weil ich bald heim muss. Aber... Dann wird das ein bisschen schlecht. Ja, wohl das Secret auch. Na komm. Ich rügel den da an der Seite. Jetzt müssen wir... Runter. Wohin, was ist denn hier rechts von... Ah, da kann ich ein. Oh, wir haben noch genug. Wir haben uns so viel Schaden genommen, dass das relevant wäre. Da ist die Tür. Müssen wir von oben ran. Ja. Dann sind wir hoch. Ey. Da. Ja. Toll. Aua. Wann. Ist das der Alla? Oh, wir können hier einfach runterfahren. Da ist der Schlüssel. Perfekt. Und durch. Mit dem Kopf voraus. So, jetzt gehen wir hier rein und machen... Ich hab das noch schnell aufgemacht. Machen wir noch schnell was kalt. Und zwar Mr. Game & Watch. Der aus der hier ein bisschen 3D wirkt. Das sind dann andere Dinge wirkende 3D. Mh. Mh. Das Ding haut ordentlich rein. Muss auch. So, jetzt gehen wir... So, wir müssen jetzt... Oh, wir müssen jetzt diesen ganzen Bogen gehen. Ja, hoch links und so weiter. Kuschtisch. Toll. Das ist aber rechts. Die Verbindung da rechts noch macht mich schnell. Achso. Oder hier rein einfach. Kannst du das. Den können wir auch gerade, wenn wir drin sind, heilen. Porten können wir hier nicht. Das ist blöd. Können wir nicht? Nein. Gut. Ähm... Ja, müssen wir jetzt den Umweg gehen, ob wir wollen oder nicht. Es sei denn, wir gehen zurück zur Karte. Naja, komm. Aber ich glaube, das geht im Endeffekt so schneller. Zum Glück kann ich den Ruckzuck geben, der ist schon ein bisschen. So. Dann müssen wir hier hoch. Okay. Okay. Jetzt runter. Ja, und hier lang? Ja, da lang. Okay. Jetzt uns durchfallen wir einfach. Okay. Ach, scheiß, du auf den Damage. Aber nicht auf einen Sprung. Wow. Direkt eine schwarze Tür. Perfekt. Und wieder ein Boss. Und zwar Captain Falcon. Den Ast auf die Saaste, den haben wir komplett vergessen, natürlich. So. Oh. Nein. Das ist mal ein Falken-Kick. Jetzt kriegst du eigentlich Krabi geil. Leute, hat sich das einfach direkt vor den Kopf geschmissen. Ach. Kuschte ich. Meine Fresse. Vertauschte Rollen mal wieder. Okay, hier, der letzte. Der letzte. Stimmt. Dann würde ich sagen, geh mal raus auf die Map. Es geht schneller im Endeffekt. Kuschte ich. Vögel. Okay. Ach. Arzt. Machst du die Tomate für dich? Perfekt. Okay. Telefon klingelt. Kurze Pause. So, nach der kurzen Unterbrechung geht's auch direkt weiter. Ja. Wenn's Telefon klingelt, kann man nix machen. Kann mit Sicherheit jeder. Wenn man gerade nicht will, dann klingelt das. Ich brauch nur fünfter Schaden. Oh, da, Kölbi sollte man als liebe Waffe. Schnapp sie dir. Jetzt hab ich. Nimm das. Sternzepter. Und. Ich wollte hier einfach mal ne Runde. Jetzt wird's auch noch platt machen alles, ich glaub's hackt. So, dann gehen wir jetzt auch gerade auf die Karte, weil wir haben jetzt absolut alles. Wenn du speichern kannst jetzt, wenn's nicht speichern geht, dann... Spiel beenden. Ja. Speichern. Speichern. Gut Gott. Ihr dürft noch einmal das Speichern mitsehen. Immerhin wird's das letzte Mal. 90 Prozent. Ganz gute Tendenz. Damit würde ich aber sagen, wir machen jetzt aber hier erstmal noch einen Schnitt. Jep. Und wir sehen uns dann gleich zum großen Finale. Bis zum nächsten Mal.